Hallo, ich bin Adrian Nagel. Ich komme aus Ibiza. Es ist für uns das erste Mal in der Optikmesse in Silmo 2015. Wir sind hier zu präsentieren, eine neue Kollektion. Wir sind seit zwei Monaten im Markt. Wir haben Hornspring gemacht mit große Scharniere und sehr guter Qualität. Zum Beispiel diese Modelle. Ich habe sie mit Mandelholz gemacht. Sie schaut sehr schön, ganz einfach. Wir machen auch andere Modelle mit Olivenholz, wie hier zum Beispiel. Sie sind super fest. Es geht sehr gut. Wir haben auch eine sehr schöne Tür gemacht. Die Leder funktioniert mit Magnet. Sehr fest. Ganz einfach. Wir sind sehr glücklich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.